hallo und herzlich willkommen zur nächsten folge arg ja wir haben in der letzten folge uns ein flugsauer gezähmt ein peteranoton recht falsch aus aber ich versuche es zumindest und wir werden ihn jetzt versuchen zurück in unser lager zu kriegen ich werde auf dem weg noch die ein oder andere schildkröde mitnehmen müssen denn ich brauche schittin egal nur mastax die sind auch nicht verkehrt dies habe nämlich glaube ich pflanzen ein wenn man sie frei laufen lässt wo die schildkröde zu zweit soll es sehr schön dann kriege ich nämlich von dir wie kriege ich den am meisten raus kriegen hier keratin 1 fleisch keratin auf jeden fall glaube ich mehr wenn ich die axt nehmen dann kriegst du hier fleisch du bist ja unser fleischfresser aber bitte nicht vor meinen füßen rumrennen hallo nicht vor meinen füßen rumrennen denn wir brauchen für den sattel von unserem flugsaurier brauchen wir 81 schittin glaube ich ein 80 schittin war es glaube ich relativ viel und lila strahl bei meinem haus müsste das sein auch kommt die beiden ja ich würde aber auch gerne die schildkröde noch mitnehmen komm her jetzt muss der kacken so haben wir drei stück die geben auf jeden fall ein bisschen was 18 20 sehr schön wie die geben keins die haben doch auch ein panzer wo ist viel ledige ok krokodile geben keins trotz panzer so das einzige problem wo ich jetzt sehe und zwar wenn ich jetzt in diese richtung hier weiter geht ist da ein alpha raptor für meinen paracer glaube ich kein problem für meinen flugsaurier problem jetzt gehen wir mal auf fünf vielleicht sieben oder ein bisschen mehr aber wir schauen mal vielleicht lässt er uns auch in ruhe bis jetzt hat er uns eigentlich ganz gut in ruhe gelassen ne der lila strahl ist weiter hinten allerdings der grüne strahl wäre wirklich an meiner basis aber grün ist jetzt nicht so bombe muss ich nicht unbedingt lündern na was leuchtet denn da leuchtet irgendwas grün na Ausdauer weg mal kurz warten dring am meisten na komm lade ich auf dann gerade halt was dem raptor kommst du auf mich zugesprintet ich glaube wir haben selber vor irgendwas ab da vorne ist der alpha rot leuchtend aber links komm lauf mir doch in ruhe hau ab ich möchte jetzt erstmal meinen flugsaurier dann möchte ich mich erstmal mit dem flugsaurier beschäftigen denn ich war noch nie auf einem gesessen ja hängt uns auf jeden fall noch am arsch ja ich habe mir mittlerweile einige kommentare gekriegt dass ich ja noch sehr viel sehr viel lernen muss was das spiel angeht und so weiter und dass ich vieles falsch mache und was ich alles schon gehört habe äh ich habe auch schon nachrichten gekriegt wo drin hieß äh ich soll doch nicht solche guides machen äh das ganze hier ist kein guide wie man dieses spiel am besten spielen soll und ich habe auch wirklich von diesem spiel wenig ahnung weil ich mit euch letztendlich dieses spiel kennenlerne und auch neu angefangen habe dieses spiel also ich kannte das spiel vorher nicht ich habe wirklich mit der ersten folge youtube ist auch meine erste folge in diesem spiel oder meine erste stunde in diesem spiel soll letztendlich heißen das ganze hier ist kein guide das ist so ein ja schaut euch an wie ich mehr oder weniger alles dazu lernt und hoffentlich hier halbwegs gut bestehen kann jetzt fliegt ihr mir schon wieder ist es dein ernst musst du mir direkt vor die Hüse fliegen ja äh soviel nur mal dazu also das soll hier weder ein tutorial noch ein guide noch ein äh wie sollte man dieses spiel am besten spielen und wie spielt man dieses spiel auf effektiv sein sondern es sollte einfach nur so joa halt ein let's play dass man einen eindruck von diesem spiel bekommt sein und ich hoffe zumindest dass das kommt rüber wieso fliegt ihr mir dauernd vor die Füße ja denn in ja gut ich weiß mittlerweile auch man kann den Folgeabstand der Tiere äh festlegen das heißt wenn ich den Folgeabstand von ihm jetzt um einiges höher setze würde ihn mir nicht direkt am Arsch kleben ich habe jetzt eigentlich keinen Nerv abzusteigen so füllt man erstmal die Schlange hier die nerven mich ja sowieso die ganze Zeit schon ja hallo so wie da ist der Arsch Bola wo ist meine Bola ja der ist hier hingeflogen das ist der Dino den habe ich vor zu ja ha 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 weil er mich schon wieder vor die Füße zieht der kack Flugdino der grad in meiner Basis war äh ist der Dino den ich gejagt habe der dann in den größten tiefsten urwald geflogen ist den er überhaupt finden konnte und was wird denn hier ein Fahrradzehr bei mir wo ist er denn hin der ist ne oder ah ha ha alter du warst schon drin in der Basis ja KI schön und gut könntest du jetzt bitte reinfliegen alter das Tor ist achtmal so groß wie du du wirst wohl da reinfliegen können pass mal auf Kollege da rein so kann ich dann flieg doch über die Mauer du bist ein Flugsaurier du wirst wohl über eine dreistöckige Mauer kommen Ernsthaft ich krieg den nicht durchs Tor jetzt Tor andersrum bauen soll so nein ja los Tor zu Tor zu bleib bloß hier drin ah macht mal was mit so ähm ähm Sattel herstellen Shuttle herstellen ich brauche Schettin das habe ich ja du folgst mir jetzt erst mal das habe ich in meiner Basis liegen wenn ich einen Sattel für ihn habe kann ich auch fliegen dann ist das ganze mit diesem unkontrollierten hin und her gefliege und getue hat sich dann erledigt so wo ist er denn äh bleibend ja da hin fertig so Sattel äh ah ich habe einiges sehr schön äh das Ding hieß PT nein Raptor Fasern brauche ich noch so herstellen Inventar äh so rau nein hier hin raus 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 so Sattel wo ist er? da ist er so Level hat er da auch wir stecken da erstmal ein bisschen was in Boah Tragelast Geschwindigkeit du musst ja wirklich naja du musst mich tragen können zumindest wir stecken mal was in Tragelast Boah dann geben wir dir noch ein bisschen Fleisch das hier nicht und steigen mal auf und er ist hoffnungslos überladen mit mir Ah ich komme hier nicht mehr hoch glaube ich oder? Richtig Ja das ist ein Problem wenn man die Basis so baut Okay heißt ich muss mich sowieso erstmal leer machen und dann über äh werden wir aber erstmal einen kleinen Ausflug machen denn es interessiert mich wirklich sehr wie der so äh fliegt weil ich bin noch nie mehr geflogen mit einem Raptor äh mit so einem Saurier so Schrank weg das weg das weg so den Rest muss er wohl tragen können also ich wiege jetzt echt nichts mehr Bingo Okay fliegt sich wie in World of Warcraft So wenn der aber schon mal da ist dann nehmen wir den auch mit Aber die fliege ich mit dem hoch Ah okay Oh in Ausdauer werde ich bei dem wahrscheinlich einiges stecken müssen Ja Ausdauer wäre sinnvoll Gerade was in Ausdauer investieren Okay Klicken wir hin Alter Ernsthaft Lande doch da Wieso landest du 10 Kilometer weit weg Guck mal da Wieso kannst du dich auf meiner Plattform landen Wieso kannst du dich auf meiner Plattform landen Das Ding ist riesengroß die Plattform Guck mal da kannst du drauf landen da kannst du drauf stehen Genau Perfekt So Pressen hat er Level 32 Okay wir können mit ihm äh praktisch nichts transportieren Was ist nur hier überhaupt für ein Level und was machst du hier überhaupt 36 Okay Aber Ja Halt Moment Okay Fernrohr geht schon mal Oh nö Kriegen wir dir auch noch bei So Das 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 weg Das auch weg So wir haben einige Betäubungspfeile Ich habe ein paar Bolas und so weiter dabei Dann würde ich mal schauen euch einen Ja nicht besseren Ja wohl eigentlich schon Ob ich einen besseren Flugseuer finde Auf jeden Fall bin ich mit dem erstmal soweit ganz zufrieden Denn ich kann jetzt beispielsweise mich äh Speziell aufs Strahle konzentrieren und so weiter Und vor allem ich kann die Gegend hier mal komplett erkunden Natürlich nicht gerade wenn neblig ist so wie jetzt gerade Weil naja das liegt auch am Gamma Kann man mal ein bisschen runter drehen So wir schauen mal den blauen Strahl Der kommt gerade runter den können wir noch einsammeln Aber gerade jetzt zum äh Beispielsweise zum Raptor zähl Och nö oder Musst du dann nicht wirklich Okay wenn die Ausdauer von ihm weg ist muss er nach unten Uh das ist schwierig Wenn er dann jedes Mal landen muss muss ich echt Ausdauer Vor allem alles in Ausdauer stecken Ja wenigstens die Ausdauer fühlt sich relativ zügig auf Können wir hier mal ein paar kleinen Dillos anlegen mit ihm So blauer Strahl ist unten Oh da hast du ein Relikt Ah das lassen wir mal liegen Nehmen wir irgendwann mit So mir kümmern wir uns erstmal blauer Strahl So kannst du Es muss doch ne Taste für ihn geben wie er landen kann automatisch Muss ich noch rausfinden Sodass er jetzt beispielsweise wenn er knapp über Boden ist anfängt zu landen Ah ok Leertaste Gut Schauen wir mal Okay wir organisieren uns einen etwas größeren Flugsäuer nach Möglichkeit Oder ein Raptor Und äh keine Angst ich habe den Plattformsattel für den Paracel nicht vergessen Der wird noch gebaut und der wird noch kommen Aber ich möchte mich jetzt erstmal mit Flugsäuern beschäftigen Ein Schritt nach dem anderen Es wäre schön wenn er mit Leertaste hochfliegen würde Also steigen würde automatisch Wäre von der Steuerung ein bisschen besser gelöst das Ganze Sonst muss ich wirklich immer nach oben gucken um nach oben zu fliegen Das ist ein bisschen nervig Ah ok die Ausdauer ist weg Das ist auch nervig So Level ab Sehr schön Ausdauer Boah das steigt halt auch relativ gering Gut er hat nun mal Also er hat Level 31 oder sowas Das ist jetzt nicht das Das höchste Level Verlierst du auch Ausdauer wenn ich einfach nur so Ja er verliert dann auch Ausdauer Also über die Ausdauer wird jetzt endlich die Zeit gemessen Wie lange in der Luft bleiben kann Gerade da sollte ich eigentlich alles in Ausdauer stecken Na da Da finden sich doch einen recht großen Flugs Da ist er doch Da ist der Idiot Da ist er Den da Den brauche ich Wo kann ich von hier Den kann ich nicht Schade Hallo Du bist der Freund den ich schon in den Fallen angeschossen hab Könntest du wieder da bleiben Und wir werden uns gleich wieder ausruhen müssen Da ist er So wenn der Kollege Scheisschlange Wo ist er hin? Hä? Hä? Wo ist er hingeflogen? Der war doch grad Der war vor 3 Sekunden noch hier Wo ist er denn hin? Hä? Bin ich blind? Ja ab und zu ja aber Hä? Der war doch vor 3 Sekunden noch hier Da unten ist er oder? Der ist nur ein Felsen Heiße, jetzt habe ich ihn schon wieder aus den Augen verloren Den Den erwischen wir aber auch nicht Er war doch gerade noch hier Jetzt fängt es natürlich auch wieder an zu regnen Na okay Jetzt suchen wir uns einen anderen Aber ich muss den mal mit äh Versuchen Bolas Abzuwerfen Problem ist ich komme eigentlich gar nicht nah genug so an den Rand Okay Okay was soll's Ähm Wir werden Ja erstmal ein bisschen mit dem Flugzeug noch weiter durch die Gegend fliegen Vielleicht finden wir noch einen der ein höheres Level hat Würden wir auf jeden Fall jetzt erst noch ein Flugzeug erzählen wollen Denn die vier sind einfach recht cool Eigentlich müsste das Wetter auch ein bisschen besser werden Aber wir schauen mal Ja für diese Folge war es das trotzdem erstmal wieder Äh wie gesagt in der nächsten Folge wir werden uns weiterhin auf äh ja den einen oder anderen Flugzeug erstmal stürzen Und dann schauen wir mal was wir noch so anstellen in unserer Zeit Äh Plattformsattel wird noch gebaut versprochen Kommt irgendwann in den nächsten drei bis vier Folgen auf jeden Fall Und ja ich bedanke mich fürs Zusehen und sage macht's gut bis zur nächsten Folge Okay das war's bis zur nächsten Folge